Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Yo, wir müssen ein Stück von Goyle finden für den Vielsaftrank. Und ja, jetzt haben wir hier diese Riesenkrabbe besiegt. Sammeln hier erstmal Bohne, springen hier drauf. Was das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Egal. Jetzt geht's weiter. Wow. Dann wollen wir uns das Viehchen mal nehmen und rein damit. Boah. So, Bohnen her damit. Wir haben ja noch nicht genug. Oh, ein Geheimnis gefunden. Super. Wieder ein paar Bohnen. Mal gucken, wie viel ich heute aufnehme. Ich hatte mir eigentlich nicht vorgenommen, das Spiel jetzt schon durchzuzocken. Auch wenn das gestern irgendwie so aussah. Ist das schon... Mal gucken, was das hier ist. Da ist nur eine Bohne. Hier. Jetzt hier raus. Ja, was da ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, kommt, lasst trotzdem mal hochgehen. Wir haben ja Zeit. Haha, nicht getroffen. So. Mal gucken. Bohne. Ey, Frosch. Klubberwurmschleim. Noch eine Bohne. Ah, egal. Lumos. Wow. Hier ist eine Truhe. Ah, ich wusste es. Schon wieder ein Obo. Statt mich jetzt mal mit einer Bildkarte zu belohnen. Aber... Naja. Egal. Weiter geht es. Wow. Ich dachte, hier wäre jetzt was weltbewegenes. Oh, wir sind gar irgendwie... Kann sein, dass wir ein bisschen vom Weg abbekommen sind. Boah, geht es mir auf den Sack. So. Gucken, was hier jetzt ist. Irgendwie glaube ich, wir kommen gerade total vom Weg ab, aber... Das ist ja nicht schlimm. Oh, aha. Also ich weiß gerade irgendwie storytechnisch nicht, wo wir gerade sind. Also doch storytechnisch schon, aber gerade so wegnäßig. Und sonst kenne ich das Spiel ja eigentlich. Na, egal. Hier geht es auf jeden Fall. Weil jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Hier kann auch irgendwo was öffnen, das weiß ich noch. Jetzt ist hier was. Wieder eine Truhe. Mal gucken. Bohne oder nicht. Wieder Bohnen. Wie viele Geheimnisse haben wir denn hier gefunden? Drei von acht. Ja, Geheimnisse sind immer so eine Sache. Mal findet man sie, mal findet man sie nicht. Ist ja auch nicht so schlimm halt. Ist hier irgendwo was? Irgendwo meinte ich, man könnte so ein Bücherregal aufmachen. Na, tja, Fehlanzeige. Alter. Geh weg. Drecksviech. Oh, ein versteckter Gang. Äh, eine versteckte Treppe. Dann wollen wir mal gucken, wo sie uns hinführt. Wey. Na, ja. Fliependo! Fliependo! Ich mach mal jetzt alles auf Rot. Fliependo! 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 Dann gehen wir da jetzt mal gucken, was uns das gebracht hat. Truhe. Ja. Das ist meistens so. Bohnen. Nein! Oh, eine Bildkarte. Ich nehm alles zurück. Na komm, dann machen wir die auch noch eben auf, damit wir wieder so viel wie möglich geholt haben. Wupp, runter. Machen wir jetzt mal blau. Fliependo! 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 Komm, weiter. Jetzt das obere. Fliependo! Fliependo! So. Und jetzt hochgehend gucken und dann können wir auch schon weitergehen. Wir müssten den Kerl eigentlich auch bald haben. Glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Oh, ein Schokofrosch. Ah, spinnen auf meiner... ...robe. Ich hasse Spinnen. Oh, drei Schokofrosch. Also keinen davon brauchen wir. Naja. Alles mal in Schleim. Gibt's wieder lecker Bohnen für. Wofür brauchen wir jetzt das Lumos? Ja, so langsam müsste man es geschafft haben. Vielleicht liegt er hier irgendwo in so einer Scheune. Das weiß ich noch. Ja, heute bin ich nicht so gesprächig. Das weiß ich. Also das weiß ich, aber... Ich hab heute auch nicht so einen schönen Tag, aber... ...zum Harry Potter spielen wird's wohl gehen. So. Bohnen mal wieder. Wie so üblich. Wir haben diese Mafiosis noch gar nicht so oft gesehen. Die beiden Wrisen-Schläger. Oder diese ekelhaften Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse sie. Und nun sind wir hier. Tja, hier ist nix. Oh, doch, ein Frosch. Brauchen wir zwar auch nicht, aber... ...egal. Dort ist eine Bohnen. Die brauchen wir allerdings. Hier springt man, glaube ich, besser drauf, bevor man das abtrennt. Wow. Krank. Aber wieder solche Waldgeister. Super. Ja, da sind sie. Oh. Ekelhafter Gnom. Ja. Wofür waren wir jetzt hier? Oh, eine Truhe. Wieder einmal Bohnen. So langsam riecht es mir mit dem Bohnen auf. Das war am Anfang besser geregelt. Ja. Mega Power-Rinder haben wir eigentlich genug. Ja, hier sind wir gleich schon fertig. Ich weiß nicht gleich haben, was da vorne in dieser Scheune ist der. Das weiß ich noch. Ja, ich Spoiler. Der Part ist aber auch noch nicht zu Ende. Deswegen ist das egal. Ey, das Ding ist nicht kaputt. Ich muss die Viecher jetzt eben töten, weil ich gerne hier rein wollte. Und jetzt hier oben ist noch was. Je, Tua. Wehe nur Bohnen. Und wir haben eine Silberkarte. Wie viele Silberkarten haben wir eigentlich? 13. Ja, die restlichen kaufen wir uns, die wir hinterher am Ende der Story nicht haben. Das ist kein Problem. Haha. Und da liege ich da. Ich muss vorsichtig sein, damit Goyle nicht aufwacht. Da ist er. Schläft wie ein kleines, hässliches Baby. Boah. Sind die gemein in der zweiten Klasse hier. Na ja. Immerhin leckt es nicht so wie gestern beim letzten Part. Aber das lag auch mehr an meiner Festplatte. Habe ich heute, während ich weg war, alles gerendert. Hallo. Will ich mich verarschen? Oh, Freunde, was soll das? Warum leckt das jetzt hier? Ne, es leckt nicht mal. Ich habe 50 FPS. Ich mache mal kurz die Aufnahme aus. Wir sehen uns dann entweder im nächsten Part oder ich schneide das hier gleich dran. Bis dahin.